Moin, mein Name ist Rainer Zobel und ich leite seit 1994 als Metallbaumeister einen Betrieb in Mentor. Unser Betrieb arbeitet hauptsächlich für Architekten und Privatpersonen und in dem Bereich stellen wir zum Beispiel Zäune, Geländer, Tore und Balkone. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen ausgebildeten Metallbauer mit der Fachrichtung Konstruktionstechnik. Das Schöne an dem Job des Metallbauers ist die Vielfältigkeit der Aufträge und dass auch Kreativität im Arbeitsalltag gefragt ist. Auch selbstständiges Arbeiten gehört in unserem Betrieb natürlich zur Tagesordnung. Das Handwerk bietet auch heutzutage noch unglaublich viele Zukunftsperspektiven und Karrieremöglichkeiten. Dazu kommt noch, dass auch in Zukunft Handwerker nie überflüssig sein werden und dass gerade in den nächsten Jahren viele neue Handwerker benötigt werden. Für weitere Infos über den Job lest euch die Stellenanzeige durch oder meldet euch gerne bei uns. Um euch das Leben möglichst einfach zu machen, müsst ihr bei uns keine aufwendige Bewerbung schreiben. Ein Anruf oder eine E-Mail genügt. Ein Anruf oder eine E-Mail genügt.